So, auf geht's, ab geht's, dründer mehr. Und zwar Dolan's Blade von Dolan. Dolan war eine sehr wichtige Person. Damals im alten Dolan Duck-Tum. So, wir müssen mal gucken, ob wir gegen Urgott klar kommen. Ihr habt übel lange schon kein Dründer mehr gespielt. Aber wir haben ein Gathering dabei, Leute. Gathering ist auf unserer Seite. Schritt Nummer 1. Minions. Hacken. Hack'n'Slay quasi. Hack'n'Slay Simulator. Das ist wie in MMORPGs. Erstmal ein bisschen leveln, ordentlich slay'n und ein bisschen hacken. Wir hauen mal auf ihn drauf. Gucken mal, ob das klappt. 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 Das war okay. Gucken mal, ob das klappt. Das war okay. So. Ja, das Ding ist, er steht krabbelt sehr, sehr weit da hinten. Er muss weiter hier rüber krabbeln. Komm, krabbel ins Licht. Auto-Tag? Ja. Ich hätte ihn jetzt schon töten können. Scheiße. Das Problem ist, ich habe ja noch gar keine Ult. Gehen wir für All-Deep, All-Deep. Was hat denn der für... Oh, er hat eine Flask. Hat der schon alle drin? Der hat schon alle Flask-Bots drin, Boys. War ja an sich nicht All-Bad. Aber auch nicht All-Good. Ba-ba-ba-ba-da-ba-ba. Na-na-na. Na-na-na-na. Okay, All-Deep, Leute. Das Ding, ich springe bestimmt gleich in seine Skishotgun rein. Okay, da kommt der Nunu-Gang. Ich weiß ja nicht, was ich... Ist mein Duomate übrigens. Also, ich würde den durchdrehenden... Okay, la... Na? Bra! Ah! Ah! Hello, darkness, my old friend. Mein Gott, wir kommen damit durch. Also, ich bin stark. Ich schaffe das. Ah. Deee! Deee! Ah! Help! Help! Menschen! Ah! Oh, schade. Na, okay. Wir kaufen uns Dolans Plate das zweite. Und Schuhe. Hm, 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 hm. Alter, was ist denn mit dem Krabbelkäfer da hinten? Ich glaube, er weiß, dass ich Insekten farme zu Hause. Also, als privater Mensch. Und er ist ja quasi ein Insekt. Er hat Angst, von mir weggekeschert zu werden, glaube ich. Na, das war knapp. Das Problem ist... Ah, jetzt hat der aber sein Spell daraus. No! Bitte nicht! Ja, okay. Ja, okay. Autotech. Das ist Autotech. Das ist Autotech. Ja, schon. Ja, schön. Ich glaub, dass Nascher-Risierer-Zahn nicht der Beste ist. Als First Item. Aber ist okay. Aber das ist halt... Wir friesen halt, ne? Friesing. Friesing, Friesing, Friesing. There's nothing he can't do about. Bang! 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 Easy Gameplay! Trotzdem ein gutes Design. So, let's go. Und was ist hier los? Merke ich gerade mal. Machen wir den kaputt? Ich glaube, ja. Dann haben wir nämlich übel viel Geld. Na, 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 na. Komm, schieß deinen Zapfen. Tan, Zapfen! Ich hätte ein bisschen später holten können. Ich glaub, den schaffen wir jetzt nicht mehr. Flash! Und E! Later! Later! Äh! Was? Hä? Was? Was hat mich gekillt? Jetzt mal seriously. Was hat mich gekillt? Ich war schon längst über alle Berge. War da noch ein Minion-Hit oder so? Irgendwas hat mir elf Damage gemacht. Oh man, wirklich jetzt? Really? Nice. So, jetzt wird wieder gefarmt. Nuno, du brauchst auf jeden Fall mir nicht helfen. Mir geht's gut. Käfer-Netz! Bleib hier. Komm her. Ich cashere dich jetzt. Ich cashere dich. Ich cashere dich. Ich cashere dich. Bleib hier. Hello there. Something about Christmas time. Bleib hier. Du bist mein Saft- Mein Saft-Killion, you. Den auch noch. Oh, look at the glass, look at the bobs! Faker! What was that? Ich hätte ihn killen können, aber ich bin ein Retarded-Retard. Schade. Cain ist kein Käfer, deswegen wurde er nicht eingesammelt. Das ist richtig. So, wir gucken jetzt erstmal, was wir hier noch. Der haut schon wieder ab. Aber er hat uns immerhin die Farbe in den Tor gebracht. Und wir haben jetzt auch den Nashor-Zahn, Leute. Das heißt, wir haben übel viel CDR und ein bisschen On-It-Damage. Geile Meile. Wir nehmen nochmal die Midland-Wave mit. Ich meine, der Typ da oben gibt eh kein Gold mehr, ganz ehrlich. Na, was soll ich denn da? So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas finden, irgendwas Wildes. Deswegen müssen wir erstmal zu hohe Gras, Leute. Das ist der wichtigste Schritt. Allerdings. Ja, doch. Komm her. Komm jetzt. Mach's jetzt. Ah, okay. Hat Teleport verwendet. Abra, sofort weg. Leute, ich brauche hier jemanden, der meinen Tower hält. Ah, wer bist du denn? Ein wildes, komisch Mon. Ja, ja. Schön. Nein, nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ich habe ihn nicht gefangen, aber immerhin wurde er gefangen. Also eigentlich würde ich mich da sehen, aber ich brauche ein bisschen, ich brauche Hilfe. Komm, do it. Do it. Bede boom. Bede boom. Schön. Okay. Er wollte es so. Er wollte es so. Deswegen gönnen wir uns jetzt die Carrera Insekten einsammelschuhe. Er hat es so gewollt. Er wird jetzt eingesammelt. Tut mir leid. Oh, ein wildes Krabbelgorn. Komm her. Komm her. Ah. So war der nicht der Deal. So war der Deal nicht. So war der Deal nicht. Aber ich hole mir das Krabbelgorn. Kost es. Okay, das ist interessant tatsächlich. Bleib stehen. Nee. Mach Sitz. Ja. Ja, roll. Roll, roll. Ich würde nicht so gerne flashen. Los. Golly, der. Ah. Ah. Nice. Solo. Sehr schön. Necronic. Reconnected. No, no is the dead. Dem würde ich mir gönnen. Tatsächlich. Guten Tag. Einmal bitte dein Leben. Miau. 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 So. Vielen Dank dir, Necronic. Da kommt noch. Der ist selten. Der ist superer. Den brauche ich noch. Bleib stehen. Bleib stehen. Ah, ich habe Ult schon an. Ah, verdammt. Ich hätte noch Bock. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der hat noch Ult oder so. Ja, hä, der ist ja, der ist, guter Flash. Interessant. Ähm, interessant. Hier ist, ähm, ja. Ich mache so einen Slow drauf. Ah. Okay, das war's. Die Käfer-Sammler-Kanone ist auf jeden Fall gleich ready. Das ist schön. Ne, Leute, das ist jetzt unser, unser Pokéball. Wir müssen mit dieser Kanone das Pokémon einfangen. Das ist wichtig. Lass den Turm in Ruhe. Los, mach Schneeball. Den fange ich jetzt. Ich habe meine Käfer-Kanone. Get this. Get this, get this, get this, get this. Ich slow den auch nochmal gleich. Jetzt. Käfer-Kanone. Der hat Flash, glaube ich. Und? Ja, ich habe es gefangen. Geil. Nice. Schön. Richtig, richtig schön. So, Leute. Wir fangen jetzt alle Gegner. Na, man. Oh, ja. Guten Tag. Guten Abend. Was? Dein Ernst? Dein Ernst? Der muss noch ein bisschen. Das ist immer schwierig mit den Pokémons. Peng. Naja, du musst manchmal so einen Mini-Tackle noch drauf machen. Oder so einen Dot brennen lassen. Weil sonst kennt ihr eine Mewtwo 1% Leben. Oder 10. Machst du eine Attacke drauf, war sehr effektiv. Sofort tot. Ich warte hier auf den richtigen Moment. Jetzt, let's go. Den brauche ich noch. Der fehlt noch in meiner Liste. Na, oh, jetzt überlebt. Ich habe ihn nicht bekommen. Wir müssen den Boy da hinten holen, Leute. Den holen wir uns jetzt erstmal. Nicht schon wieder. Aber. Why? No woman, no... Why? 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 Don't let me go. Bis zum nächsten Mal.